Herr Professor Dielen, Sie sind Busenfreund, Mama-Zone-Busenfreund des Jahres 2003, also einer unserer ersten Busenfreunde, und Gynäko-Onkologe in Mannheim in der Schwerpunktpraxis für gynäkologische Onkologie in Mannheim. Ihr Expertenwissenden werden wir jetzt abfragen. Nahezu 80 Prozent der Frauen mit Brustkrebs können inzwischen geheilt werden. Aber ein kleiner Teil von ihnen wird Metastasen erleiden. Die Tumorzellen wandern offensichtlich besonders gerne in die Knochen. Können Sie das erklären, warum? Ja, zunächst einmal gibt es natürlich anatomische Verbindungen zwischen der Brustdrüse und dem Achsenskelett, wo Tumorzellen auch gegen den Strom sozusagen in den Knochen eindringen können. Aber das ist nicht alles. Die Tumorzellen bleiben sehr gerne im Knochen, weil man inzwischen weiß, dass Knochen, der aktiviert wird durch unterschiedliche Mechanismen, tatsächlich so etwas wie ein fruchtbarer Boden ist, auf den Tumorzellen fallen können und gerne dort bleiben. Und das Knochenmark ist ja wohl ein ideales Reservoir ebenfalls für aktive und schlafende Tumorzellen. Ist das die Erklärung dafür, dass die Knochen bevorzugter und häufig auch erster Orte der Metastasierung sind? Verbessern Sie mich, wenn ich es falsch gesagt habe? Nein, so muss man es natürlich sehen. Sie dürfen das Knochenmark nicht vom Knochen trennen. Und da beides eng miteinander in Verbindung steht, ist es natürlich so, dass im Knochenmark die Tumorzellen gut überdauern können. Aber wenn Sie dort am Ort wachsen, ist es natürlich als erstes der Knochen, der attackiert wird. Jetzt ganz schlicht, welche Therapiemöglichkeiten hat man heute bei Knochenmetastasen? Bei Knochenmetastasen? Also jetzt nicht die Vermeidung von Knochenmetastasen? Das kommt später. Fangen wir einfach mal an. Was kann man heute bei Knochenmetastasen tun, wenn Sie da sind? Also die Therapie von Knochenmetastasen ist außerordentlich kompliziert. Nicht, weil man so wenig Möglichkeiten hat, sondern weil man so viele Möglichkeiten hat. Man kann bestrahlen, man kann unterschiedliche Chemotherapien und antihormonelle Therapien geben, Antikörper und so weiter und so fort. Man gibt Schmerzmedikamente. Man kann bestrahlen, operieren. Sie merken schon an der Vielzahl der Möglichkeiten, wie schwierig das ist. Und eine der tragenden Säulen einer solchen Therapie ist die Behandlung mit Bisphosphonaten oder neuerdings mit Antikörpern. Bleiben wir doch erstmal bei den Bisphosphonaten. Das ist ja Ihr ausgewiesenes Forschungsgebiet seit Ihrer frühen Zeit als Wissenschaftler. Wir kennen die als Patientinnen, die Bisphosphonate erleben wir als relativ nebenwirkungsarm. Und von Ihnen haben wir gelernt, Sie sind sehr effektiv. Bleiben wir nochmal weiterhin bei der Therapie. Wenn Sie uns bitte erklären, wie wirken die? Und vor allem, wie lange wirken sie? Gibt es Resistenzen? Also erstmal, wie wirken sie? Ja. Also Bisphosphonate wirken, indem sie von den Knochen abbauenden Zellen, die wir als Osteoklasten bezeichnen, aufgenommen werden. Und das führt zur Vergiftung der Zelle. Das heißt, sie kommen in den sogenannten programmierten Selbstmord, Apoptose genannt. Und dadurch verringert sich die Anzahl der Osteoklasten. Und durch die Verringerung wird die Aktivität gebremst. Und das heißt, dass das Wachstum und vor allem das Ausmaß der Zerstörung von Knochenmetastasen gehemmt wird. Gut. Das sind die guten alten Bisphosphonate, wenn ich es mal so nennen darf. Jetzt gibt es ja neue Ansätze. Ich komme auf einen neuen Antikörper, wenn das richtig ist. Richtig, Antikörper. Den Usomab. Würden Sie den Wirkmechanismus dieses Antikörpers bitte beschreiben? Der Antikörper wirkt anders als die Bisphosphonate, hat aber das gleiche Ziel. Das gleiche Ziel heißt, dass man auch die Zahl und die Aktivität der knochenabbauenden Zellen vermindern will. Aber im Gegensatz zu den Bisphosphonaten, die auf der Knochenoberfläche liegen und vom Osteoklasten aufgefressen werden, ist es so, dass der neue Antikörper die Signalübertragung von den Tumorzellen zu den Osteoklasten unterbricht. Und dadurch kommt die Wirkweise zustande. Ich wollte noch mal auf meine Vorfrage kommen. Wie lange wirken Bisphosphonate? Ist es so, dass irgendwann die Wirkung unter Umständen aufhört? Und man kann mit diesem neuen Wirkprinzip wieder eine neue Therapieoption aufmachen? So sollte man das nicht sehen. Ich denke eher, dass der neue Antikörper die Bisphosphonate langfristig verdrängen wird. Einfach weil die klinischen Ergebnisse gezeigt haben, dass er besser wirkt und weniger Nebenwirkungen hat. Außerdem ist er leichter zu applizieren durch eine subkutane Spritze und nicht mehr als Infusion. Es gibt keine Resistenzen. Das ist alles Humbug. Es ist so, dass Bisphosphonate so lange gegeben werden sollten, solange die Patientin sie benötigt. Das heißt, solange die Knochenmetastasen eben auch vorhanden sind. Und keineswegs sollte man, wenn die Krankheit weitergeht, mit den Bisphosphonaten aufhören. Denn wir wissen, dass die Patientin dann die Bisphosphonate oder den Antikörper ganz besonders braucht. Auch bei den Bisphosphonaten hat es ja eine Entwicklung gegeben innerhalb dieser Wirkstoffklasse. Also hochpotente Bisphosphonate wie die Zolletronsäure. Hat ja die Therapieergebnisse nochmal wohl verbessert? Kann man so nicht sagen. Nein. Also prinzipiell wirken Bisphosphonate alle gleich. Und wenn man sie adäquat dosiert, sind die Wirkungsunterschiede nicht so groß. Bei der Zolletronsäure gab es ja auch das Problem, was sehr viel Furore gemacht hat unter uns Brustkrebspatientinnen, die Gefahr der Kieferostionekrose, also der Zerstörung des Kiefers. Vielen Dank. Und da wollte ich Sie fragen, wie gefährlich ist denn das jetzt eigentlich, wenn eine Frau eine Therapie mit Bisphosphonaten bekommt, eine mit Knochenmetastasen, wie hoch ist das Risiko, diese sehr gefährliche Nebenwirkung zu bekommen? Also wir haben ja lange Jahre darüber gerätselt, wie häufig das ist. Und wir haben immer nur im Rückblick die Studien untersucht und haben da doch manchmal besorgniserregende Zahlen gefunden. Es gibt aber jetzt aus den Zulassungsstudien des neuen Antikörpers mit der Zolletronsäure tatsächlich sogenannte prospektive Ergebnisse. Das heißt, man hat von Anfang an danach geguckt. Und da hat man gesehen, dass innerhalb von zwei bis drei Jahren das Risiko bei 1,5 bis 2 Prozent in etwa liegt. Man darf aber nicht vergessen, dass wenn man, wir wissen ja inzwischen sehr viel darüber und wir wissen auch, was kann man tun, damit diese Komplikation gar nicht auftritt. Und das hat man in den Studien gar nicht gemacht. Das heißt, wenn man die Patientin, so wie wir das heute ja tun, die Patientin gleich zu Beginn zum Zahnarzt oder zum Kieferchirurgen schickt und auch die Zähne, die notwendigerweise saniert werden müssen, sanieren lassen, dann geht das Risiko dramatisch runter. Wichtig ist auch, wenn irgendeine Manipulation an den Zähnen oder an dem Zahnfleisch erfolgt, während der Behandlung, dass das nur unter Antibiotikerschutz gemacht werden soll. Also das ist mit Sicherheit keine Epidemie. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Leider macht der Antikörper das eben auch. Und insofern werden wir auch in der Zukunft damit konfrontiert werden. Aber es ist, wie gesagt, kein Tsunami. Kommen wir nochmal jetzt auf die Bisphosphonate in einer anderen, für ganz viele Patienten in unglaublich wichtigen Funktion. Sie waren der erste Wissenschaftler weltweit, der gezeigt hat, dass die Bisphosphonate nicht nur Knochenmetastasen am Weiterwachsen hindern, sondern dafür sorgen, dass sie erst gar nicht entstehen. Würden Sie ganz kurz diese Studien nochmal zusammenfassen? Man kommt jetzt auf das zurück, was ich gleich zu Anfang auf Ihre Frage geantwortet habe. Wir glauben, dass das Knochenmark ein Reservoir ist für Tumorzellen. Ich nenne sie sehr gerne Sleeper-Zellen. Also schläfende Zellen, aber Sleeper, das versteht ja heute jeder. Und dass diese Zellen in diesem Schlafzustand gehalten werden sollen. Und es gibt zahlreiche Ergebnisse aus Tierexperimenten. Aber solche Beobachtungen sieht man beim Menschen eben auch, dass wenn man durch die Normalisierung des Knochenstoffwechsels dafür sorgt, dass aus dem Knochen nicht Wachstumsfaktoren freigesetzt werden, möglicherweise diese Zellen weiter schlafend bleiben. Also das ist eine der Theorien, die man dazu hat. Möglicherweise haben die Bisphosphonate auch einen direkten Antitumoreffekt. Aber das halte ich nur für geringgradig für entscheidend dabei. Es ist ja noch mehr und noch Wichtiges, dass die offensichtlich auch, das haben Sie ja auch gezeigt, auch Metastasen in anderen Organen nicht nur in den Knochen verhindert werden. Wie haben Sie das nachweisen können? Ist das nur im Tierversuch? Wir haben das in klinischen Studien auch beim Menschen gesehen. Und wir meinen, dass ein Teil der Metastasen, also in der Leber oder in der Lunge, den Ausgangspunkt im Knochen hat. Das heißt, dadurch, dass wir die Knochenmetastasen verhindern, zu einem gewissen Maß, in einem gewissen Maß, verhindern wir auch die Streuung in andere Organe. Anders lässt sich es meiner Ansicht nach nicht erklären, denn die Bisphosphonate haben ja auf andere Organe, also auf den Knochen, keine Wirkung. Ihre Forschungen haben dann natürlich auch die klinischen Studien dazu geführt, dass die Bisphosphonate in der sogenannten Adjuvantensituation empfohlen worden sind oder noch zum Teil werden von der Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie in der Adjuvantensituation zu geben. Jetzt haben uns aber, uns Patientinnen, eine neuere Studie verunsichert, die letztes Jahr auf dem großen Brustkrebskongress in San Antonio vorgestellt worden ist, wonach dieser schützende Effekt wohl nicht stimmen würde. Und jetzt sind wir verunsichert. Sie müssen uns jetzt helfen, was können wir jetzt tun? Gut, verunsichert sind wir auch etwas. Wir haben natürlich alle gedacht, das ist jetzt die Studie, die alles aufklärt und dazu führt, dass endlich eine Substanz ihre Zulassung bekommt dafür. Aber in der Tat scheint es so zu sein, dass nicht alle Patientinnen davon profitieren. Das ist eine Studie, die letztendlich, allerdings meine ich, man hat sie zu früh ausgewertet, einfach um noch die Möglichkeit zu haben, die Zulassung dafür zu bekommen. Vielleicht sieht es in zwei Jahren ganz anders aus. Aber ich denke, es ist eine negative Studie, die einen positiven Nebenaspekt hat. Denn man hat gesehen, dass immerhin ein Drittel der Patientinnen, die deutlich jenseits der Menopause waren, auch einen Überlebensvorteil haben, sogar im Gesamtüberleben. Und das hat man vorher für die Substanz eben noch nie zeigen können. Also es ist nicht so, dass diese Studie tatsächlich nur negativ bewertet werden muss. Sie hat eigentlich unser Wissen eingegrenzt, wer profitiert davon und wer nicht. Ganz genau. Das wäre nochmal interessant. Also wohl Patientinnen nach den Wechseljahren profitieren wohl davon. Und profitiert auch stärker, wer ein höheres Rückfallrisiko hat? Das nehme ich an. Die Patienten, die ein höheres Rückfallrisiko haben, profitieren auch mehr davon. Und es sind insbesondere die Patienten, bei der ein Östrogenentzug stattfindet. Also entweder jenseits der Wechseljahre, aufgrund der zusätzlichen Medikamente, die man einsetzt beim Brustkrebs oder in der Zeit vor den Wechseljahren, in der Prämenopause, eben auch dadurch, dass man oft eine totale Östrogenblockade durchführt. Gut. Dies hat wohl die Arbeitsgemeinschaft, also diese Fachgesellschaft Gynäkologische Onkologie dazu bewogen, weiterhin an der Empfehlung festzuhalten, trotz dieser Studienergebnisse. Richtig? Ja, wir richten uns ja bei den Empfehlungen in der AGO ausschließlich an den verfügbaren klinischen Daten. Und die klinischen Daten sind eben nicht so schlecht, wie manche es jetzt empfinden. Es ist einfach so, dass die Erwartungen vor dieser Studie oder vor den Ergebnissen dieser Studie sehr hoch waren. Und deswegen, wie immer, wenn man sehr weit oben ist, kann man auch tief dabei stürzen. Ich denke, man darf das nicht so negativ sehen. Es gibt sowohl bei den Clodronatherapien zwei positive und eine negative Studie. Also eine medikamentöse Tablettentherapie, die ich auch eingesetzt habe in meiner Studie. Und es gibt bei der Zolledronsäure, die man intravenös zweimal im Jahr verabreicht hat, eben auch zwei positive Studien. Und das darf man nicht vergessen. Sowohl bei Frauen vor als auch bei Frauen nach den Wechseljahren ist das ganz klar und deutlich gezeigt worden. Auch in einer großen Zahl von Patienten. Und die dritte Studie hat das etwas relativiert. Aber sie hat es auch konkretisiert und hat gezeigt, wo müssen wir vielleicht weiter, in welche Richtung forschen, welche Patienten profitieren. Wir wissen das von anderen Therapien bei Brustkrebs ja auch. Nicht alle profitieren im gleichen Maße. Die Zulassung ist natürlich jetzt in Deutschland durch, möglicherweise durch diese Studie auch wieder ein Stück nach hinten gerutscht. Das heißt, die Zulassung wird wohl auf sich warten lassen. Sprich, es wird halt eben auch von den Kassen nicht bezahlt weiterhin. Die Zulassung wird auch nicht mehr kommen, weil die Substanz, die man getestet hat, in anderthalb Jahren aus dem Patent ausläuft. Und dann wird kein Mensch sich mehr darum wirklich kümmern. Also müssen wir Patientinnen unsere Ärzte ansprechen. Es gibt eine interessante Studie, die das gleiche Konzept hat, in der der Antikörper eingesetzt wird, die sogenannte D-Care-Studie. Und diese Studie läuft weltweit, überall. Es wird hervorragend rekrutiert, nur in Deutschland läuft sie nicht, diese Studie. Weil das Bundesamt für Strahlenschutz seit Monaten auf dieser Studie hockt und sie nicht freigibt. Was will die Studie wissen? Was ist der Inhalt? Das heißt D-Care. Da geht es ganz genau auch darum, dass man zur Prophylaxe von Metastasen den Antikörper verabreicht. Also müssen wir die internationalen Ergebnisse abwarten wieder? Nein, wir müssen nicht die internationalen Ergebnisse abwarten. Es ist endlich an der Zeit, dass Mama Zone mal an die Pforten der, wie ich sie gerne nenne, Studienverhinderungsbehörde in Salzgitter klopft und sagt, dass es gar nicht sein kann, dass in Deutschland wieder Patienten nicht aufgenommen werden können, weil diese Behörde so langsam arbeitet. Wir nehmen es zur Kenntnis. Jetzt sollten wir uns nochmal dem Thema Knochenmetastasen zuwenden. Wenn es also den Tumorzellen dann doch gelungen ist, vom Knochenmark aus in andere Organe zu wandern, Leber-Lunge-Beispiel und dort zu Metastasen heranzuwachsen, ist es dann, wie früher immer gesagt, dann bedeutet das oder das Todesurteil? Also ich finde Todesurteil, der Begriff gehört in irgendeinen anderen Bereich. Ich würde sagen in die Rechtsmedizin oder in die Juristerei. Aber so darf man das nicht sehen. Man muss einfach sagen, dass die meisten Patienten, bei denen Metastasen auftreten, dass diese Patienten chronisch krank sind. Aber unter diesen chronisch Kranken gibt es viele, die leben viele, viele Jahre bei guter Lebensqualität. Patienten mit Mammakarzinom und Knochenmetastasen werden von mir teilweise schon seit acht, neun oder zehn Jahren betreut. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass gerade diese Patienten mit einer Fortgeschrittenen Metastasierung gut, vielleicht sogar besser behandelt werden in Zukunft. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, unter diesen Patienten gibt es immer wieder welche, die eine frühe Metastasierung haben mit nur einer Metastase oder mit nur ganz wenigen. Und diese Patientin muss man besonders behandeln, weil da doch einige darunter sind, die zu den Langzeitüberlebenden gehören, vielleicht aber sogar geheilt sind. Jeder, den ich kenne, der in Deutschland mit Brustkrebspatientinnen arbeitet, kennt solche Fälle und ich kenne sie natürlich auch. Die große Frage ist natürlich, wie findet man diese Patientin heraus? Die wollte ich Ihnen gerade stellen, diese Frage. Da müssen wir zwangsläufig auf die Nachsorgepraxis in Deutschland zu sprechen kommen, die immer noch darauf aufbaut, dass wir warten sollen, bis es wehtut. Und dann ist es zu spät. Da muss sich was ändern. Warten, bis es wehtut, ist vielleicht keine gute Formulierung, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Das Problem ist, dass wir viel über neue Nachsorge reden können. Das Problem ist aber, solange wir den Patienten nicht in jedem Moment sagen können, was machen wir eigentlich, wenn wir eine einzelne Metastase finden, welche Therapiemaßnahmen sind notwendig, so lange ist das das falsche Konzept. Das heißt, wenn wir ein neues Nachsorgekonzept wollen, vielleicht auch mit neuen Prognosefaktoren, dann müssen wir auch wissen, was machen wir mit diesen Patienten. Das heißt, zu der neuen Nachsorge muss ein neues Therapiekonzept kommen. Aber da tut sich doch einiges, interventionelle Methoden, also Strahlentherapie, medikamentöse Frühtherapie. Also es ist schon etwas im Gange, aber die Nachsorgeempfehlungen hinken hinterher. Die Nachsorgeempfehlungen hinken deswegen hinterher, weil einfach die Studiendaten, die es dazu gibt, nicht zwingend beweisen, dass die Patienten einen Überlebensvorteil haben. Das heißt, auch da wären neue Studienkonzepte sinnvoll, damit das endlich vom Tisch kommt. Das ist so bei Leitlinien, wenn Sie keine guten Daten haben oder Daten, die dagegen sprechen, können Sie nicht einfach sagen, die Leitlinie ist so und so, wir meinen, aber man kann auch noch was anderes machen. Das ist das Dilemma. Das heißt, wir müssen es beweisen. Aber es ist natürlich völlig richtig, was Sie gesagt haben. Es gibt viele, viele, die darüber nachdenken. Es gibt neue Therapiekonzepte, die erprobt werden. Und eines Tages wird es auch so sein, dass man die metastatischen Patientinnen nicht nur besser behandeln kann, sondern vielleicht heilen kann. Das ist mit Sicherheit das große Thema, dass, nachdem man es ja geschafft hat, dass immer mehr Frauen durch die gute Therapie in der postoperativen Situation tatsächlich geheilt werden können. Aber das Ziel muss es sein, dass auch die Patienten, die in fortgeschrittener Erkrankung sind, tatsächlich die Chance auf Heilung haben. Da darf ich Sie mal ansprechen als Arzt in einer gynäko-onkologischen Schwerpunktpraxis. Wenn eine Patientin zu Ihnen kommt, die Angst vor einem Rückfall hat und wünscht ein bildgebendes Verfahren zur Früherkennung möglicherweise, was jetzt nicht durch die Leitlinien vorgeschrieben oder abgedeckt ist, Sie hat aber Angst und würde sich das wünschen, was machen Sie dann? Schicken Sie sie wieder nach Hause? Nein, das mache ich nicht. Also wenn es sinnvoll ist und Sinn macht, das heißt, wenn der Prognosestatus tatsächlich auch zulässt, dass man sagt, die Gefahr eines Rückfalls ist doch größer, dann haben wir ein offenes Ohr dafür. Wir machen häufig auch Tumormarker. Wir sind auch dazu bereit, tatsächlich die klassischen Methoden der Nachsorge, einzusetzen, so wie Knochenzintigramm oder Leberultraschall und Ähnliches. Ich denke, dass die Beruhigung der Patientin auch für den Heilungsprozess sinnvoll sein kann. Und außerdem wissen die Patientin ganz genau, wenn sie zu mir kommen und sagen, ich habe Rückenschmerzen, dann sage ich als erstes, wir machen ein Knochenzintigramm. Gut. Jetzt noch zum Abschluss mal noch eine gesundheitspolitische Einschätzung. Es ist ja schon so, dass großes Augenmerk in Deutschland auf die Erstbehandlung von Brustkrebs gelegt wird und auch zweifellos große Erfolge erzielt worden sind in den letzten 10, 20 Jahren. Wie sieht es aber, und da haben wir nochmal das Thema Frühentdeckung, haben wir ja schon abgehandelt, aber wie sieht es mit der Metastasentherapie aus? Sie hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, da würde ich gerne nochmal Ihre Einschätzung wissen. Werden Patientinnen mit Metastasen in Deutschland gut und richtig und effizient behandelt? Wenn Sie das auf die Knochenmetastasierung fokussieren, dann sage ich klar und deutlich, nein. Das ist eben auch der Grund, weswegen wir die Deutsche Osteo-Onkologische Gesellschaft gegründet haben, weil wir der Ansicht sind, dass Frauen mit Knochenmetastasen eine bessere und auch von diesem Aspekt her bessere leitlinengesteuerte Behandlung bekommen sollten. Was? Das liegt einfach daran, dass viele Ärzte eigentlich nur, das trifft ja auch das Selbstbewusstsein, des Arztes, wenn die Patientin einen Rückfall hat oder wenn die Patientin unheilbar krank ist. Und deswegen würde ich sagen, legen viel mehr Ärzte ihr Augenmerk auf die Erstbehandlung, wo die Heilung eben möglich ist. Und wenn die Patientinnen tatsächlich einen Rückfall haben, dann kann es oft passieren, dass der Arzt nicht mehr in demmaßig dafür engagiert, weil er sagt, da kann ich ja vielleicht sowieso nur noch die Lebenszeit um einige Wochen verlängern, aber mehr erreiche ich nicht. Also das, was ich vielen meiner Kollegen vorwerfe, ist ja mangelndes Engagement. Würden Sie sich vorstellen können, dass man in einer Art wie ein Pendant zum Brustzentrum, wo ja die Akuttherapie natürlich auch die Metastasentherapie gemacht wird, aber dass nochmal ein spezialisiertes Zentrum für Metastasentherapie dann Gewinn bringen könnte für die Patientin? Das wäre natürlich genau das, was wir seit Jahren uns wünschen, noch nicht fordern, aber uns wünschen, dass man sagt, es gibt eine Klinik, die nichts anderes macht, als sich auf die Behandlung von Metastasen spezialisiert, dort Studien durchführt, dort eben auch die Patientinnen von unterschiedlichen Fachbereichen gleichzeitig behandeln. Das halte ich für außerordentlich wichtig. Gut, das wünschen wir uns dann also auch und wir bedanken uns herzlich für das Interview. Bitte.